Da sind wir wieder in Golfit mit schönen Mario-Musik im Hintergrund, die gerade aufhört. Wir spielen wieder in der bunten Truppe, die da besteht aus, ne jetzt darf ich mich nicht zuerst nennen, aus unseren Gästen, den AFK-Jungs Alex und Daniel. Hallo! Trotz sich keiner. Hallo! Du hast den Vorrang. Er hat dich zuerst genannt, ja. Ja, ist ja gut. Hallihallo. Was darf ich passen? Na ja, wenn ihr schon die Mario-Musik macht, dann dachte ich mir, ich versuche mal den Wario aus Mario Kart zu imitieren, aber das hat nicht so gut geklappt, glaube ich. Wario macht, wow, 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 was hat der Tollwut? Ja, wenn er getroffen wird, schon. Jedenfalls gibt es auch ne Kim, aka Manari, hallo. Haloschi, hallo. Ha, 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 ha. Gut, und heute heißt es Apes Hold in One Story. Hier bei Golfitz, sagte ich, glaube ich, schon. Wollen wir anfangen? Alles ist eingestellt? Ja. Ja, bitte. Es ist sogar mehr Kollision eingestellt als empfohlen, aber da bringe ich die Leute hier nicht mehr von ab, das ist auch okay. Map starten, so. Doppel Kollision. Äh? Okay, das ist, das ist ein, das ist ein Loch für mich, ich muss es sagen. Ja, so, da steht's. Selbst da bin ich letzter, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn hier los? Das stimmt tatsächlich. Roll schneller. Good luck and have fun. Watch out for us. Bananas, they are clues. Oh, die Donkey Kong Bananen. Die sind Hinweise. Für alternative Wege wahrscheinlich. So, wir haben jetzt so. Boing. Oh. Oh, da bin ich aber hart abgestoppt am Ende. Ja. Ja, ich sehe auch nicht so viel da. Danke. Nein, das ist ja blöd. Das ist ja hinterhältig. Wie war das Fall in One? Was ist das denn? Das ist doch hier kein Fall in One. Hey, Kim, ich lag gut. Frechheit. Jetzt lass mich hier wenigstens erstmal raus. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Ich eier noch ins Ziel, gleich hab ich's. So. Die Musik ist voll geil. Ja. Die ist schön, das stimmt. Jetzt will ich Mario spielen. Hey, guck, das ist jetzt auch. Das ist jetzt wirklich Mario. Jetzt ist es wirklich endgültig als Mario-Musik identifiziert. Ey, Mann. Oh mein Gott. So ne Scheiße. So viel mal zum Thema. Man hat mir bisher immer geholfen mit Kollision. Nix hilft dir. Kim, Kim. Ah, du bist Luigi, oder? Du hast so einen grünen Anziger. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich bin Mario, ich bin rot. Geht auch. Knappi Kowski, ja. Ja, das ist echt... Oh Gott, das Video wird auch wieder geclaimt, das sag ich jetzt schon. Ach, das wird nur einfach... Oh, das war zu weit. Das wird nur einfach nicht monetarisiert. Ich bin bei Loch 13. Außer wenn die Musik so laut ist wie in deinem ersten Video im zweiten, Alex, dann mache ich mir da keine Sorgen. Da habe ich überhaupt keinen Sound an. Das musste ich improvisieren. Ah, Mist, das klappt hier alles nicht. Ich habe es klar gefunden. Komm, jetzt prall da mal richtig ab. Ja, so besser geht es ja wohl nicht. Auf den dritten, okay. Was du jetzt? Pilze sammeln? Ja. Willst du die groß werden, oder was? Mhm. Ey, wenn du so weitermachst, brauchst du einen grünen Pilz. Extra leben. Ja, ich war ja gerade auf diesen Koopa, der mich da aus dem Wasser zieht hier. Ach Gott. Ach, da hinten ist ja auch ein Loch. Ach, das ist Loch Nummer 3. Okay, direkt bei der Toilette. Was? Was redest du da? Bist du auf der gleichen Map wie wir? Der hat wirklich Pilze genommen. Aber die guten. Die guten, die schmecken so gut. Die ballern. Hä? Ja, entweder ganz kurz oder die Zielscheibe da treffen, ne? Ey, ganz ehrlich, dein Ball ist allmählich. Echt sauber. Ah, also so kurz meinte ich nicht. Ja, so kannst du es auch. Ah, ich mach es auch nicht noch, oder? Das ist doch besser, ja. Nein. Ach, komm. Ich bin auch verrasend gelandet. Nein. Das ist der Nemesis jetzt schon, dieses Loch. Ey, es ist so beruhigend, dass einer mal genauso scheiße spielen kann wie ich. Oh, fast wenigstens noch die Rampe bekommen. Ist aber auch immer knapp daneben. Äh, was soll ich zuerst aus? Die Zeit, ne? Ja, wollen wir Wetten abschließen? Ja. Oh, Mann. Hau doch noch ein bisschen fester drauf. Ne, man kann auch zu weit liegen. Ja. Ja, das gibt's doch nicht. Ey, das hätte sogar klappen können, ne? Ja. Ja, wahrscheinlich wäre er nach rechts weggeprallt, weil... Oh, ja, doch, doch. Oh, jetzt. Guck mal ein an. Oh, noch 10 Sekunden, noch 10 Sekunden, Daniel. Mach es, mach es, mach es. Vor allen Dingen, der letzte Schlag ist es auch noch. Er vermeidet jetzt nur noch Strafschläge. Okay. Ja. Puh. Hast du gut gemacht, Daniel. Super. Ich hab das mal alle Stande gesammelt. Oh, das ist über Mario Bros. 2. Boah. Nein, nicht dahinter. Ah, okay, passt. Passt. Wenn ich jetzt noch... Hat jemand Lust, mich anzustupsen? Nee, ich würde ehrlich gesagt ganz geschickt an dir vorbeispielen, so. Möchtest du nicht, dass ich dich anstupse? Nein, das will ich wirklich nicht. Ach, das ist Nostalgie. Oh, ja, okay. Oh, oh. Nein, scheiße. Fast hole in one. Ey, das müsst ihr euch bei mir angucken. Das war wirklich fantastisch, das... Ich mach vault in one. Wo fahrt ihr denn da einmal lang? Ich bin total... Wir fahren nicht, wir schlagen. Ich bin ganz, ganz günstig irgendwie über die Rampe. Das war echt witzig. Das war niemals so gewollt, aber witzig war es allemal. Wie schwer, letzte? Ich kann euch mal beruhigen. So viel wie wir hier quatschen, da kommt der YouTube-Algorithmus überhaupt nicht hinterher bei der Musik. Das sag ich aus Erfahrung wirklich. Doch, das ist wegen Bullshit-Claimen dann. Ja, das ist wieder ein anderes Problem, das stimmt. So, den hab ich nicht doll genug gemacht. Okay, ich hab... Oh, no. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Loch. Dollar? Aha! Hey! Was war das denn? Ich lag doch da schon die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab noch nicht mal geschlagen gerade. Ja, ich hab geschlagen. Ja. Das war dein Fehler. Wow! War das richtig? Nein. Wo bin ich denn gelandet? Was? Nee. Ach, Mann. Mir fehlt so ein bisschen der Sound, wenn man in so eine Röhre steigt. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, wo ich jetzt hier soll. Ach so, da, die Röhre. Ja, das war es schon, ja. Ah, ja. Oh, das war aber gar nicht so einfach. War cool ausgedacht, aber ich fand's jetzt nicht so ganz so ein bisschen undurchsichtig. Ach, komm schon. Wer hat mich denn jetzt weggestoßen? Zu und Tempo. Genau zwischen den Pfeilen, das ist ja super. Ja. Hi, Oli. Ja, ich... Oh, wow. Das war... Oh! Ah, vorsichtig rein, ne? Ja. Ei, 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 ei. Ei. Also eigentlich nur den Pfeil anstupsen. Oh! Ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, der Rest geht von alleine, okay. What? Ach, ist das hier schöne Musik? Ring of Fire. Ha, ha. Das ist echt schöne Musik. Oh, ich... Ah, Hall in One. Das war... Ich wusste gar nicht, wo das Ziel ist. Das hat einfach so geklappt. Oh, warte. Ding, 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 ding. Sind wir überhaupt synchron? Wenn ich jetzt die Musik mitsinge, dann ist das für euch wahrscheinlich verstörend. Ja. Nein! Aber man kann ja fast nicht mitsingen. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin jetzt überhaupt nicht schlagen. Fast nicht mitsingen, so rum. Wie, überhaupt nicht schlagen? Hole in Zero, oder was war das? Nee, aber ich wurde gerade zurückgesetzt und dann hat mich jemand weggeballert und dann bin ich halt ins Ziel geflogen. Ach so. Das war sehr geil. Jetzt verstehe ich auch Ring of Fire. Da ist ja Feuer da oben. Ja. Mann, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich das Ding getroffen habe, ey. Dreckiges Loch, du. Das war mir gar nicht bewusst. Äh? Wie kommt der ja abkommen? Das ist ja echt nicht ohne. Und so eine dünne Stille. Okay, aber jetzt bist du schon mal einen näher dran, Alex. Na toll. Eine Rampe näher dran. Vielleicht wird es dadurch leichter. Geradezu Pipifax. Vielleicht auch nicht. Oh Gott, ey. Ach, da oben kann man auch rein. Jetzt habt ihr aber echt zu kämpfen. Muss ich zugeben. Die Musik ist geil, echt. Ja, genau. Weil es ja genau konträr zu meiner Stimmung gerade ist, ja. Das mag sein, ja. Hat das gezählt, Alex? Ja, ne? Ja. Hat gezählt. Warum? Warum biegst du jetzt doch links ab, du dumme Kugel? Mach doch mal das, was mir der sagt. Das ist das. Ja, das ist es doch jetzt. Ach. Ich bin drin. Bin ich da schon drin, oder was? Ja, da sind wir bei dem Thema wieder. Wow. Ich hab einen. Wow, cool. Ich bin aus dem Wasser wieder rausgekommen. Shit. Was? Man darf? Wird er zu doll noch? Ähm. Na, super. Dann mal jetzt doll. Ja. Wups. Ich bin ein Alphabrass. Boing, hallo. Ja, boing. Aha. Das sind aber wirklich die ganz alten Klassiker, die hier laufen. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh. Oh. Yeah. Hey. Der ist aus dem Loch wieder rausgekommen. Was für ein Fuckloch. Das könnte man auch anders verstehen. Oh. Gab es irgendwann mal so ein Mario-Angelspiel oder sowas? Ich glaube, Alex spielt gerade Mario angeln. Aha. Also darfst du jetzt auf jeden Fall nicht zu viel auf einmal wollen. Also ganz durch auf einen Schlag würde ich nicht machen. Aber mit viel Schmackes. Vielleicht geht auch das. Oh. Irgendwie saust du ja immer zur Seite weg, ne? Er ist fluchtdick. Kannst du doch mal das gerade zu schießen. Ich schieße doch gerade. Nein. Meine Kugel ist krumm. Das ist so, wie wenn du Alex sagen würdest, versuch doch mal gut zu schießen. Experten-Tipp. Mach einen guten Schuss. Oh. Gute Spiele hassen diesen Tipp. Ja. So. Nee. Na, wie ist das Wasser? Schön temperiert? Auf jeden Fall schön klar. Ja. Da kann man echt immer mitraten, aus welchem Klassiker das ist. Oh Gott. Bitter. War das süß. Du kleine Fuckhugel, du. Flieg, flieg, flieg. Oh. Nein. Du kleines, mieses Assi-Ding. Aber Alex verteilt nach wie vor viel Liebe. Wenn auch nicht verbal. Und für Daniel wird es jedes Mal lustiger. Um Gottes Willen. Oh Gott. Aber der hat immer den Linkstrall. Das ist echt komisch. Was soll denn diese Scheiße? Das ist echt komisch. Hör doch mal auf, so blöd rumzufliegen. Du weißt doch, wo das Ziel ist. Finde es. Ach, jetzt bin ich schon weg. Das ist keine Zielsuchkugel, du. Bull and Plinko. Aha. Oh, da muss man erst mal her. Das hatte ich befürchtet, dass sowas passiert. Oh nein, das ist so ein Flipper-Dings. Ah, scheiße. Hä? Mir ist es auch passiert. Wunderbar. Jetzt häng ich... Hä? Das kenn ich auch. Das ist, glaub ich, Game Boy. Irgendwie Super Mario Land 2. Irgend so eine Wolken-Traumwelt irgendwas. Mann, scheiße. Oh, wir spielen die Map, hat er gesagt. Da kannst du mit einem Schlag einlochen, hat er gesagt. Das ist im Namen drin. Sollen wir denn da jetzt... Hä? Wie soll man denn da jetzt... Wieso falle ich denn wieder zurück? Was ist denn das für eine Assi-Veranstaltung hier? Ach so, ah. Assi-Veranstaltung finde ich gut. Boah, das ist ja wohl nicht wahr. Jetzt hat er mich wieder zurück. Nein! Ich müsste mal zum Stehen kommen, aber... So, jetzt. Oh, komm, das ist doch jetzt echt ein Witz hier. Ah, Mann, ich krieg noch nicht mal diesen Anfang hin. Das ist unfassbar. Ach, ihr seid die ganze Zeit auf den Nägeln drauf und es funktioniert auch nicht, oder was? Ne, die Nägel, die, ähm... Die hauen euch wieder zurück, gell, oder was? Ja, doch, ich bin doch endlich. Doch, ich bin drin. Was kann da noch schiefgehen bei den Nägeln, wenn ich mal fragen darf? Ich habe ja zu denen in der kurzen Zeit so viele Schläge gemacht. Du kannst. Manche einer kann. Ich bin die ganze Zeit hin und her gebollert hier. Jetzt mal ehrlich, was kann bei den Nägeln noch schiefgehen? Also, wenn man außen runterfällt, zum Beispiel. Ach so. Also, ins Wasser. Also, das ist mir passiert. Ach, da. Ja, stimmt, da ist offen an der Seite. Das ist ja ein Unglück. Aber das ist ja echt ein Unglück, wenn man es schon da hinschafft. Schon gefreut, wie es ein kleiner Schläge ist. Ja, ja. Und dann war da Wasser. Mhm. Was man nicht diese Konsistenz nicht gesucht hat. Fump. Ja, Röhren, Mario und so, ne? Da passt es doch wieder. Das kenne ich auch vorher, ja, die Musik. Ups. Und ich bin jetzt nicht der Nintendo-Kenner. Hui. Oh, okay. Die war zu weit. Einmal springen und jawoll. Ja. Hole in one. Nice. Go to have a high five. Na, na? Finde ich lustig, dass da dieser Bereich eingezeichnet ist, den man im Wasser treffen muss. Damit man da richtig hoch springt. Aber den kann man aus der Entfernung nur auch kaum sehen. Aber die Löcher sind auch improvisiert, ne? Da ist ein Fast runter. Das ist gar kein richtiges... Kann sein, ja. Das stimmt. Oder mit dem Fass. Aber mit dem Fass durchs Wasser und Niagara-Fall runter und so. Ist doch auch so ein Klassiker. Oh, nein. Genau rüber geüpft. So ein Elend. Ah. Es ist doch nicht dein Ernst. Wo muss ich denn da? Okay. Ah, Beschleunigungsfeile. Ihr seid mein. Hoffentlich. Hallo. Piu. Piu. Äh. Oha. Das ist mein Spruch. Entschuldigung. Hast du da ein Patent drauf, ja? Urheberrecht. Ja, allerdings. Oh je, Artikel 17 wird greifen. Hat noch Albert Einstein damals angemeldet, das Patent. Ja. Oh, wie schön. Was sind wir denn hier? Jetzt bin ich übrigens mal hinten. Nee, ich bin nicht hinten. Wer ist denn da noch hinter mir? Ach so, Alex natürlich. Ich wie immer. Schade. Meine Scheißkugel ist sehr schwerfällig. Passiert. Ach so, das ist so eine... Ah ja, alles klar. Bin gleich weg, sorry. Bui. Boah, mein Gott. Oh, shit. Ey. Ah, das wird ja... Also, man kann ja schätzungsweise auch einen langen Weg rumgehen, ne? Ja. Ah. Das ist aber auch ungünstig. Kuckuck. Ha. Uuh. Dankeschön. Gerne. Das ist aber echt ein langer Weg, muss man ja sagen. Na, fass. Wow, wow, wow. Halt, nein. Ah, verdammt. Müssen wir das über Bande machen, okay? Bin gleich weg. Oh, ich hab so eine gute Aufkursposition und dann mach ich so eine... Eise. Mhm. Ach, da waren wir schon alle durch, okay. Tint, 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 tint. Ja. All in one. Oh, shit. Ähm. Ach, nö. Naja, nö. Für den einen ist es leicht, für den anderen vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ich hab nicht doll genug gemacht. Ach so, der prallt von der Decke ab. Ja, dann war er natürlich, äh, assisted, sozusagen. Das haben die nicht, das damals auch, da gab's doch nichts. Ach komm, was ist denn hier los? Eine Mario- und Luigi-Sendung oder sowas, oder? Da haben sie doch das auch gespielt. Keine Ahnung. Kann sein. Die Super Mario Super Show. Gab das nur so eine Real für Film oder für Serie und was auch immer. Also Daniel, ich muss dir übrigens zustimmen, dieses Loch hier könnte nicht einfacher sein. Ja, find ich auch. Das ist ein riesengroßes Fass. Okay, aha. Ach so. Kann man auch wieder die Mitte probieren. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Oh, leck mich doch noch. Blödes, blöde Kugel, du. Hole in ohne. Hole in ohne. Nice. Das ist ja klappt. Oh hey, ja, ich auch. Also man hätte nur die Hälfte der Unterhaltung, wenn man Alex nicht dabei hätte, muss ich echt sagen. Alex klingt gerade wie Hitler in meinen Untergang. Aber es stimmt. Vor allen Dingen mein Untergang, nicht der Untergang, sondern mein Untergang. Der Aktenstein, das war ein Befehl. Vielleicht heißt es bei Alex ja mein Untergang. Wohin? Ich glaube, man muss einfach, man muss sehr doll machen. Sehr doll? Sehr, sehr doll. Nee. Doch. Ja. Ey, wer hat mich da jetzt weggeschossen? Also ohne doll geht hier rechts. Komm schon, an der letzten Kante hängig. Ist das doch echt. Traut euch mal Maximum. Ich glaube, da kann man überhaupt nicht rausfliegen. Doch, kann man. Echt? Nein, natürlich kann man nicht. Ich fliege gerade raus. Okay, ich bin drin. Also volles Karacho ist eine sehr gute Idee. Na, da hat sie immer doch. Oh, Kim ist noch nicht da. Na, ärgerlich. Aber du siehst auch, Daniel, wie schnell bei ihr die Schläge gehen, ne? Also deswegen ist klar, wie schnell sie die auch verballert. Ja, gut, ich mache das eigentlich schon schön. Ja, okay. Man kann rausfliegen. Darf ich hier bleiben? Nein. Das ist ein anderer Kurs. Ach, scheiße. Aber, das habe ich in einer der ersten Folgen mal gesagt, die es nur auf dem AFK-Channel zu sehen gab, ist vielleicht auch untergegangen. Wenn ihr auf einen anderen Kurs zufällig rüberfliegt, dann aber auch direkt das Loch trefft. Das zählt tatsächlich. Wenn man dieses Riesenglück hat, dann gilt das. Die Taktik versuche ich immer, weil das normale Loch zu treffen ist ja eh zu einfach. Na, eben. Aber was ist denn hier? Looping oder was? Ich sehe hier gar nichts. Wow. Ach so. Hey. Dann hängen wir hier alle drin. Wir stehen jetzt alle im Loch, in der Röhre. Ja, Alex, schieb uns mal an, genau. Sind hier irgendwo Pfeile? Kann jemand schlagen? Ach so. Verstopfung. Hol mal einen Reiniger. Wer ist denn vorne? Daniel ist vorne. Wo ist denn der Herr Röhrig? Ach nee, es setzt uns zurück. Kommt ihr mal raus aus dem Loch? Wer ist denn jetzt dran? Ich roll immer noch. Ich kann nichts machen. Wer ist denn da vorne? Kim, du bist vorne. Hau mal rein hier. Ja, ich weiß aber. Oder hau mal raus. Also ich hab schon ausgeholt. Sobald du weg bist. Alex, drück noch mal F. Du bist hier rund. Nein, ich drück kein F. Ich roll bis zum Ultimo. Ach Mann. Warum klappt das nicht? Ach, da verstopft schon wieder jemand die Röhre. Kann man hier mal Abfluss reinholen? Na los. Oh, toll. Na, ich würde nicht schlagen. Hier ist Verstopfung angesagt. Ja, das müssen wir. Wer ist denn hier als nächstes dran? Darf ich? Nein. Ich bin dran. Jetzt wollen sie alle hintereinander, okay? Seid ihr oben? Sieht gut aus, ne? Ich weiß es nicht. Okay, ja, jetzt hab ich's auch. Das hat mich... Was? Das ist... Das ist schon mal. Das ist... Dieses unfassbar unfaire Spiel. Ich war schon oben, dann spawnte er mich wieder zurück. Ich muss übrigens auch immer an Dr. Grant denken. Da waren ja die Maschinen auch gegen ihn, ne? Die Computer. Ach, so meinst du? Ja, ich dachte jetzt irgendwie, hättest du das mit Terminator verwechselt. Aber ja, 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 das stimmt. Nee, nee, das... Ich hasse Computer. Ja, genau. Wer ist Dr. Grant? Aus Jurassic Park. Jurassic Park. Ah. Ah, nee, das... Oder? War doch Dr. Grant, ne? War richtig. Ja. Dr. Alan Grant. Ja, genau. Äh. Das war nicht gut, das war nicht gut. Okay. So, hol mir das Nest rein? Mehr sein müssen. Also durch die Mauer schaffe ich's schon mal nicht. War das überhaupt ne gute Idee? Mit der Kugel durch die Wand, ja. Kann dieser Ball bitte mal zur Ruhe kommen? Achso, man muss da rechts und links. Ich dachte... Was war das denn? Jemand hat mich angeschubst. Nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Hä? Äh. Oh, dann land ich auch immer im Wasser, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Oh, so schöne Musik. So schöne Musik. Ich würde ja auch wieder auf... Ja, 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 ja. ...Spaum Mario Land oder sowas tippen. Okay, das ist ne schlechte Idee. Okay, weil mir ruckelt das grad. Jetzt... Oh, jetzt fall ich raus. Ich kotz. Ich kotz. Alex, nur weil das Super Mario Musik ist, musst du das nicht auf dem Gameboy spielen. So, man muss mal gucken hier. Ah, so da. Oh, nein, nein, nein. Nicht hüpfen. Nein! Ah, er hüpft genau über die Bande rüber. War da jemand? Was ist denn hier? Wo muss man da hin? Oh, das ist das ja ein Weg. Also, ich hab mich ewig hier am Anfang aufgehalten. Ach, du Kacke. Warum rolle ich hier die ganze Zeit? Darf ich hier nicht lang? Oh! Gott, oh, Gott, oh, Gott. Doch, jetzt. Aha. Ach, wir sind schon so ziemlich durch. Pass auf, jetzt komm ich hier aus dem Hinterhalt. Report Bugs, Deda. Ich schieße erst mal mal Alex vorbei. Nein. Das funktioniert nicht. Ich treffe das Loch nicht. Hm. Ach, komm, Kugelchen. Hört's endlich mal auf zu rollen. Na, komm schon. Okay, dann muss ich mich doch rantasten. Ach, dann nehm ich doch die linke Seite. Was soll der Geiz? Sag mal, was ist denn das? Ich stecke in der Röderfest und mir rennt gleich noch die Zeit aus, bis ich da durch bin. War hier grad eine unsichtbare Mache. Oh, shit, ja. Halbe Minute noch. Oh, verdammt. Jetzt aber Tempo. Bleib liegen, du blöde Kugel. Bleib liegen. Alex, du bist doch nur nicht gegen den Weg. Hä? Ja, aber die verhungert. Nein, 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 nein. Nein, nein. Die wollten immer. Nein, nein. Roll doch einfach. Nein. Roll. Mach, für was du geboren wurdest. Danke. Ja, lass dir Zeit. Genau. Was sind das? Easy. Shit. Shit. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. 3, 2, 1. Easy. Ah, einmal noch antippen, komm. Was denn? Ja, leck mich doch. Ich hab's gefunden. Ich hab's doch gezählt. Bei mir dürft's auch noch zählen, wenn ich nicht noch irgendwas vor mir hab, wo ich schlagen muss. Nee, muss nichts mehr. Oh Gott, das war aber spannend. Aber trotzdem. 10 Schläge. Ja. Müsst ihr leider auf mich warten. Geh hier noch den Korkenzieher runter. Ah, ja. Und da unten ist das Ziel, nehm ich an. Das ist ein Teleporter. Sehe ich's richtig? Die physikalische Karte wurde gemacht von einem schlauen Öffchen. Genius Ape. Jetzt geht bestimmt noch... Ah, nee. Wenn jetzt physikalisch noch irgendwas schief gegangen wäre, das wäre auch ein schöner Spaß gewesen. Was, ich bin Zweiter? Ich bin Zweiter. Oh. Und dann, obwohl ich mich bei dem einen einfachen Loch so abgemüht hab. Ich freu mich. Ach, Bronze steht mir auch ganz gut. Oh man, der Olli hat schon wieder gewonnen. Das ist ja nicht wahr. Ach, das ist normal. Ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall, äh, ja. Hat Spaß gemacht. Die würde ich jetzt abvoten. Ausnahmsweise mal. Ja, ich mach's direkt. Also Englisch ab oder Deutsch ab? Englisch. Weil Vote ist ja auch Englisch. Ich hab's konsequent Englisch gelassen. Ja, nee. Also die war doch ganz, 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 ganz nett. Stimmt, abwerten und abvoten ist ein Unterschied. Ja. Alex, wie sieht's bei dir aus? Hey. Trocknen die Tränchen langsam? Ich hab meinen, ich hab meinen letzten Platz verteidigt. Ich bin glücklich. Okay. Gut, dann mach ich mal hier Ende. Das ist aber raus für heute. Ihr guckt fleißig auf den anderen Kanälen vorbei. Geht in die Videobeschreibung. Da gibt's was zum Anklicken. AFK, alles furchtbar. Kommentiert mit den beiden Jungs. Oder auch mal bei Kim aka Manari vorbeischauen. Und dann werdet ihr glücklich. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich will nicht als Letzte. Okay, ciao. Ciao.